Ihre Schwäche zu finden, ist nur eine Frage der Zeit. Und mit diesem Zitat der Borgkönigin steigen wir ein in Star Trek New Horizons. Ja, die Konfederation der Erde hat ihren großen Sieg errungen. Wir haben neue Gebiete hinzugewonnen. Die haben wir in der letzten Folge ausgebaut und abgesichert. Und jetzt wird Zeit, zumindest den Pfad einzuschlagen, uns Gebiete der Romulana anzueignen. Genau. Wir haben ja ein Spionagenetz dort aufzubauen. Da würde ich Shang Kong abziehen. Er soll hier mal ein Spionagenetz aufbauen. Wir brauchen Informationen. Wir werden außerdem Ansprüche stellen und diesen gesamten Bereich uns sichern. Das hier können wir leider nicht. Aber wenn wir diesen Kern hier haben. Hm. Dann sieht das schon mal ganz gut aus, ne? Du hast uns 972. Da haben wir genug. Das würde uns richtig teuer zu stehen kommen. Wir gehen mal hier auf Können wir hier auf 10 hoch. 11 Das hier können wir uns nicht leisten. Das System werden wir wohl nicht kriegen. Das nehmen wir mal ganz raus. Das System ist nicht, aber hier diesen Part. Den will ich haben. So, das sind jetzt unsere Rivalen. Wir müssen das hier auch mal klar definieren, ne? Automatisierung ist ein und du machst nichts. Besser mal das Krankenhaus. Was können wir hier bauen? Irgendwas besonderes. Wohnkomplex. Kriminalität ist hoch. Wir werden mal Polizeiwesen bauen. Kalarianer und Selai haben uns, äh, die Grenzen zu uns geschlossen. Na, das sollen sie machen. Da haben wir die Sternenbasis abgeschlossen. Anker ist auch abgeschlossen. Der Traum von einem blauen Planeten. Die fünf Mitglieder des Konfrontationen der Erde-Komitees für Mars-Angelegenheiten schlüpfen leise in den kleinen Raum in der Kuppel der Primus-Station. Das Protokoll der vorangegangenen Sitzung wird vorgelesen, bevor ein Mitarbeiter dem Ausschussvorsitzenden einen Datenblock überreicht. Dies sind die Ergebnisse des Komitees. Die Mars-Initiative hat es bereits geschafft, den Mars neu zu gestalten. Der Planet hat sich grundlegend verändert. Flechten klammern sich an Felsen und die Atmosphäre weist sogar Spuren von Feuchtigkeit auf. Ein Hoch auf die Wissenschaft. Die Roadmap kommt gut voran und dieses Komitee schätzt über 75% des Projekts ist bisher abgeschlossen. Ja, das ziehen wir doch weiter durch. Ich will den Mars zu einer grünen Oase machen. Äh, zweite Erdflotte ist repariert. Riesenhydrat ist voll. Repräsentanten aus dem ganzen Mars standen unbehaglich in einer Ecke der Kantine des Schlapparelli-Basis, während die Bediensteten sich beeilen, weitere Sitze heranzuziehen. Die Halle war für einen so bedeutenden Anlass unpassend, aber der robuste Mars muss noch etwas anderes herstellen, das eine so große Versammlung beherbergen könnte. Schließlich durften sie alle eintreten. Der rote Planet existiert nicht mehr. Er sitzt durch etwas, das fast grün erscheint. Tausende Migranten von der Erde strömen hierher und die Bevölkerung boomt. Es ist allen klar, dass etwas getan werden muss. Kurze Zeit später, nachdem das Meeting begonnen hatte, trat John Hammerlich inzwischen alt und angesehen vor das kurze Podium. Er war der Repräsentant von Gunters Dolphiers Dome, einer der größten der 22 Marskolonien. Und seine raue Stimme sprach für alle, wir stehen hier nicht anders als unsere Vorfahren in der großartigen, allen alten Stadt Philadelphia, nicht die Tyrannei abzuschütteln, sondern die Freiheit einzunehmen. Wir unternehmen heute den ersten Schritt, indem wir die grundlegende Erklärung der Marskolonien abgeben. Sagen wir mal, geht's noch? Also das Kriegsrecht ist nicht mehr weit von entfernt, ne? Möchte ich nur mal anmerken. Ich glaube wohl, das geht noch. Aber hier muss auf jeden Fall Polizei hin. Kann ich noch nicht bauen. Dafür ist das mal zu klein. Was haben wir denn? Lokale Garnison werde ich mal errichten. Das kann ja nicht wahr sein. Die Sicherheit der Menschheit erfordert auf jeden Fall, dass wir mit harter Hand vorgehen. Das Drillsystem, da können wir die Sternenbasis ausbauen. Nee, können wir nicht. Woran scheitert es? Regierungen haben wir genug. Die haben immer noch zu wenig Energie. Müssen wir auf Drill gucken. Da haben wir ein Fusionskraftwerk. Ach guck mal, die sind unzufrieden. Ja, wir bauen da ein Monument für die Menschheit. Polizeiwesen. Ja, da sind wir schon am Ausbauen. Ah, Sirius Prime. Der Mars ist all ausgebaut. Vega Prime. Hier können wir noch mal einen Fusionsreaktor bauen. Denobola. Wie sieht es hier bei euch aus? Da haben wir schon zwei. Wir bauen mal zwei Geschäftsviertel, um die Energie-Credit-Produktion zu erhöhen. Ich habe hier noch keine Polizei. Wie kann das passieren? Wir haben zehn Prozent. Kriminalität. Skandalöse Zustände. Die Ansprüche sind gestellt. Ist das Spionagenetz inzwischen im Betrieb? Ja, nicht mehr lange. Wir können Informationen sammeln. Ja, komm, wir nehmen die Sozialforschung. Egal, was da ist. Es ist interessant. Wie sieht es mit den Klingonen aus? Es war einer der am heftigsten umstrittenen Artikel in der Deklaration der Mars-Kolonien. Der Mars verwandelte sich unter dem Kometenfeuer der Mars-Initiative und wurde zu einem Paradies für die Menschheit. Aber um welchen Preis? Das war zumindest die Frage, die sich eine Gesangsgruppe namens The Preservers stellte. Sie nannten Terraforming eine Abscheulichkeit dem Menschen, der seinen Einfluss auf ein anderes, unberührtes Land ausübt. Eines, auf das er kein Recht hat. Ihr seid doch bekloppt. Seine Heimat zu nennen, als die Bewohner an die Macht kamen, wurden der neu gegründete Senat der Konföderation der Mars-Kolonien errichtet. Eingerichtet. Schließlich stimmte der Senat unter ständigen Druck der Öffentlichkeit einer Vielzahl von Vorschriften zu, die das Ausmaß der Mars-Initiative stark einschränken werden. Niemand schien mit der Lösung zufrieden zu sein und die Terraformung des Mars wurde um Jahre verzögert. Wir müssen einen Scheiß respektieren. Ich gucke nur mal meine Möglichkeiten. Äh, wo haben wir einen starken Überschuss? Riesen-Wassereis. Können wir Wassereis handeln? Natürlich nicht. Solterium. 162. Julee, wir könnten locker... Ich brauche ja Energie-Credits. Nicht einen Energie-Credit wollen die dafür herausgeben. Wir werden mal, um die Beziehung zu verbessern, ihnen 5 Deuterium anbieten. Ich will die stark machen, dass sie hier den Romulanern Einhalt gebieten können. Die sollen sich in dem Krieg mit den Romulanern aufreiben. Das verschafft mir nämlich Ruhe. Wenn sie hier in dem Bereich überall alles binden, was da ist, und die größte Grenze, haben sie zu den Romulanern. Ja, haben sie angenommen. Sehr schön. Unser Kriegsminister ist aufgestiegen. Oh, speziesübergreifende medizinische Austausch. Dafür ist niemals die richtige Zeit. Was gehen die anderen Gesundheitsdaten der Menschen an? Das nenne ich ein Sicherheitsrisiko. Äh, Kriegsminister. Ich brauche irgendwas für ein Rad. Raffenschaden, Schiffe und Unterlichtgeschwindigkeit erhöht. Lenkler. Das nehmen wir. Ja, ansonsten Energie haben wir zu wenig. Mineralien haben wir aktuell zu wenig. Habe ich hier hinten eigentlich alles ausgebaut inzwischen? Da haben wir noch eine Forschungsstation offen. Die wir bauen können. Ach, guck mal, da können wir eine... Ne, da oben haben wir ein Bauschiff. Da brauchen wir dich nicht da hochschicken. Äh, bauen wir hier die Forschungsstation. Da haben wir noch ein Spezialprojekt offen. Das ist durch den Krieg auch ein bisschen untergegangen. Unsere Flotte ist eigentlich zu groß. Aber in der aktuellen Situation kann ich mir auch nicht erlauben, sie aufzulösen. Unsere Forschungsschiffe werden wir mal verbessern. Dann werden wir sie auf automatisch erkunden stellen. Haben wir sonst noch irgendwas hier im Angebot? Haben wir die erste Erdflotte. Hier haben wir die Gardeflotte. Die erste Erdflotte werden wir wieder im Sirius-System. Passieren, ich glaube, da macht es am meisten Sinn. Hier oben wollten wir ja im Täter... Äh, Skulptores. System auch eigentlich eine Flotte mal präsent haben. Wie sieht es aus mit dem Spionagenetz? Die fünf Mitglieder der, äh, der Skömpf-Foderation, der Erde-Komitee, die es für Mars-Angelegenheit schlüpfen, leise in den kleinen Raum in der Kuppel der Primo-Station. Das Protokoll der vorangegangenen Sitzungen wird vorgelesen, bevor ein Mitarbeiter dem Ausschussvorsitzenden einen Datenblock überreicht. Dies sind die Ergebnisse des Komitees. Der Mars wird nie mehr derselbe sein. Die Initiative hat große Erfolge und Rückschläge erlebt. Aber was auch immer passiert, der rote Planet ist nicht mehr wirklich rot. Das heißt aber nicht, dass es nicht noch viel zu tun gibt. Dieser Ausschuss schätzt 90% des Großprojekts wurden bisher abgeschlossen. Uh, sehr schön. Wollen wir mal der Initiative auf den Mars? Guckt doch mal hier. Das ist doch nicht mehr der Mars, den wir mal gekannt haben. Der Traum von einem blauen Planeten, das Fehlen einer Magnetosphäre wurde lange Zeit als eines der bedeutendsten Hindernisse für eine langfristige Kolonisierung des Mars angesehen. Nach der Entwicklung von Deflektoren wurde es möglich, eine Reihe solcher Geräte rund um einen Planeten einzusetzen, um die gleichen Funktionen zu erfüllen. Wenn auch zu hohen Kosten. Das Mars Terraforming Projekt hat ein solches Array erfolgreich eingesetzt, wodurch eine Quelle atmosphärischer Verluste beseitigt und gleichzeitig die Sicherheit von Kolonisten erhöht wurde, die der offenen Oberfläche trotzen. Eine bemerkenswerte Leistung. Eieiei, ist das geil. Natürlich nehmen wir Mars Terraforming wieder rein. Komplett. Wen interessiert die Kobali-Föderer, äh, was auch immer das war. Chipyard, kann ich denn inzwischen... Also ich glaube, bei der Konföderation kann ich kein Flaggschiff bauen. Oder sie haben es rausgenommen. Guck mal, die USS Shenzhou kann ich bauen. Wessels upgrade. Wuuuuh. Technology secured. Gut, das dürfte wahrscheinlich trotzdem veraltet sein. So, Sozialforschung ist abgeschlossen. Einigkeit erhöhen. Wasser, Eis, Produktion. Schwarzes Loch-Observatorium. Umschulungszentrum. Hoffentlich ist es sowas böses, wie ich es mir vorstelle. Motivation Corpse hier. Ja, jetzt. Ach, hier. Damit ist... ...die Schiffswerft gemeint. Das muss man einem ja auch mal wer sagen, ne? Guck mal, die haben hier eine Flotte. 6740. 3518. Wenn wir rumladen, ist nicht eine Flotte in Sicht. Das reicht immer noch nicht. Ja, wir brauchen unbedingt mehr Informationen. Ich will nicht in den Krieg reinlatschen, bevor ich nicht weiß, wie stark die sind. Es könnte nämlich ganz schnell da hinten losgehen. Nausikaner sind einer Konfederation beigetreten. Wir haben als Rivalen... ...Gingonen, Ferengi und uns. Ach, wir haben einen Stufenaufstieg. 5.000 mit Mineralien, 1.000 Sozialforschung, 500 Ingenieurforschung. Sehr schön. Reichsweite... Äh... Du bist Kommandier 2. Erdflotte. Waffenreichweite Schiffe. Besonnenheit 2. Klingt gut. Dann haben wir hier unseren Beamten. Regiert Denobola. Wachstumsgeschwindigkeit Bodenablus. Nee, das brauchen wir nicht. Platinum-Produktion erhöht. Das ist gut. Dann haben wir hier regiert Luna. Regierungen erhöht. Oder Unterhalt Gebäude und Distrikte minus 10%. Nehme mal Architektonisches irgendwas. Und du kommandiert die Emperor's Will. Erkundungsgeschwindigkeit erhöht. Ja. So, auf Automatisch. Und... Automatisch. So, unsere zwei Forschungsschiffe sind auf dem Weg. Ja, äh... Negative Mineralien, das ist okay. Ein neues Schiff wurde in Dienst gestellt. Und das ist die CSS-Shenzu. Der Traum von einem blauen Planeten. Da sind wir jetzt bei 95%. Also zusammenfassen können wir so nicht. Die Shenzu... Ich könnte der ersten Erdflotte zuweisen. Das machen wir auch. Weisen die Shenzu der ersten Erdflotte zu. Das Mars-Entwicklungsprojekt. Auf dem Mars regnet es. Natürlich landet der erste Tropfen und dokumentiert viele Kilometer vom nächsten Planeten entfernt. Äh... Vom nächsten Menschen entfernt. Entschuldigt. Jeder kann frei und ohne Hilfe auf der Oberfläche herumlaufen. Aber die Bevölkerung liegt immer noch im niedrigen Millionenbereich. Und hat sich noch nicht in jedem Winkel des Planeten ausgebreitet. Das riesige Wetterüberwachungssystem ist natürlich sorgfältig abgestimmt, um heftige Stürme zu verfolgen. Nicht einen sanften Sommerregen. Aber heute regnet es auf dem Mars und es wird nicht das letzte Mal sein. Wir haben die Wüste zum Blühen gebracht. Das müssen wir uns nochmal ansehen. Mars-Terraform starten. Ach, ein Traum. So. Die Shenzu ist hinzugefügt. Getar-Gitarische Pocken ausgebrochen. Ah. Müssen wir uns gleich drum kümmern. Und... Raumschiff-Automation... Build New Automation Komponent. Unser Engineering Modul Slots on Your Ships. So, Automatisierung abgeschlossen. Damit haben wir einen Aufstiegsvorteil freigeschaltet. Flottenkapazität erhöhen. Das wäre, glaube ich, wichtig. Das nehmen wir auch gleich. Damit sind wir nämlich wieder im grünen Bereich. Flaggschiffe der NX-Klasse. Ich kann kein Flaggschiff bauen, also hat sich das erledigt. Ohne Deep Space Station. Würde hier Sinn machen. Würde hier Sinn machen. Also, Deep Space Station müsste am äußersten Punkt sein. Ankar zum Beispiel. Gerade im Krieg gegen die Mulaner könnte das von Nutzen sein. Mal gucken mal. Kann ich hier eine Deep Space Station bauen? Ja, wir sind nicht mehr weit von entfernt. Dann bauen wir hier nämlich eine Deep Space Station. Dann brauchen wir nur noch ein bisschen warten. Dann haben wir genug Einigkeit. Wir schicken das Konstruktionsschiff. Schauen wir mal hier in den Orbit. Jupp, das wird interessant. Es brodelt bei den Romulanern. Die Remaner. Gleichberechtigung abgelehnt. Oh ja, Bürgerkrieg. Wenn da Bürgerkrieg ausbricht, bin ich da. Notruf nahe, Babel. Situation log updated. Wir senden eine Rettungsmission. Babel. So, Drill. Ja, ich weiß, das ist gerade problematisch. Wir haben nicht genug Einigkeit. Wir könnten... Das ist jetzt das Problem. Wir könnten eigentlich nur... Stirnfriede hindurch. Das werden wir mal machen. Die Bevölkerung von Drill hat sich schon zu lange über unsere Rollen hinweggesetzt und unsere Anweisungen missachtet. Es ist an der Zeit, dass sie eine Botschaft erhalten, die sie daran erinnert, wer über sie herrscht. Unser Militär hat mehrere prominente Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens gefasst, die auf Kommando hingerichtet werden sollen. Dieser Planet wird es sich zweimal überlegen, bevor er die Macht von Drill herausfordert. Ja, da haben wir das nämlich gelöst. So, jetzt müssen wir mal gucken, wo haben wir einen Arzt. Du nicht. Äh. Das ist immer ein Problem. Ich habe gar keinen Arzt. Okay. Ich dachte, wenn es ausgewählt werden kann, hätte ich einen Arzt. Was ist denn das jetzt für ein Unsinn? Ach, das ist doch jetzt wieder ein Elend. Hier hinten war ein Geheimdiensoffizier, Botschafter, Landwirt, Musiker. Wir haben keinen Arzt. Das finde ich jetzt sehr bescheiden, dass ich das auswählen konnte, obwohl ich keinen Arzt habe. Kann ich mir doch eine Krankenschwester schicken? Und ich lass mal hier das Spezialprägen untersuchen. Haben wir doch gelöst. Hat sich erledigt. Okay, äh, kann man doch noch einen schicken. Ja, sieht man. Ein paar Hinrichtungen und schon ist eine Krankheit gelöst. Also ich muss sagen, ich bin, äh, ein fürsorglicher und sehr... Ja, komm, mach. Ist wieder der übliche Kampf. Hat sich verletzt. Ja, ist verschlimmelt. Gibt's. Passiert. Du kommandierst die erste Erdflotte. Waffenschaden, Sicherheitsoffizier. Oh ja. So, können wir jetzt endlich hier... Wir können endlich ein Flaggschiff bauen. Der Diplomatische Dienst der Konföderation der Erde hat eine Konferenz höchster Ebene mit der Verwaltung von Kanzler Soval auf Andoria veranlasst. Die erste Erdflotte unter dem Kommando von Miroslav Polacev wurde dazu auserwählt, die Konföderation der Erde-Delegation zu transportieren und volle Unterstützung während der Konferenz zu leisten. Wir werden einen Kurs setzen. Die erste Erdflotte. Man muss seine Feinde in Sicherheit wiegen. Gleich immer. Guck mal, ein Ex-Beta-Jäger ausgemustert. Shuttles sind zur Ausmusterung vorgesehen. Wir haben Sozial- und Ingenieurforschung abgeschlossen. Unser Forschungsleiter ist aufgestiegen. Ah. Er bringt uns jetzt nicht viel Schutzschild im Mittag. Alles ist offen. Ach du Alarm. Spornantrieb. Das interessiert mich wieder nicht. Wir nehmen Forschungsgeschwindigkeiten, Anomalien, Stellarkartografie, Labor. Erlassfonds. Interplanetare Verteidigung. Hier ermöglicht Abbau von Magnesit. Das haben wir eh noch offen. Das nehmen wir. Und dann müssen wir ganz dringend ins Solsystem. Wir können endlich mal ein Flaggschiff bauen. Die Constitution-Klasse. Die USS Enterprise NCC-1701. Natürlich wird es ein militärisches Flaggschiff. Sind wir einfach Forscher? Nein. Haha. Ist das geil. Dem werden wir dann ein, zwei Begleitschiffe noch dazugeben. Brauche ich mir gar nicht durchlesen. Die Mission war kein Erfolg. Ist aber okay. Bei der Ankunft an der Quelle des Notrufs in der Nähe von Babel ist die CSS-Nemesis auf einen Frachter im Erdfrachtdienst gestoßen, der vom Paklet-Piraten angegriffen wird. Während die Paklet-Schiffe nicht auf Rufe reagieren, erscheint der Käpt'n des Frachters auf dem Bildschirm der Nemesis. Versaust und verletzt. Viel Dank für die Beantwortung unseres Notrufs, Käpt'n. Wir wurden von diesen Piraten durch das halbe System gejagt. Wir transportieren Duranium-Erz. Sie müssen hinter ihm her sein. Äh, verteidigt den Frachter natürlich. Sehr schön, es war ein Erfolg. Es war ein Erfolg. Was anderes hätte mich auch überrascht. Arzt-Agenda verfügbar. Ach nee, da ist wieder nur... ...eins abgelaufen, was war... ...voll. Das Problem ist, ich krieg den... ...die sind zu mächtig, was Spionage angeht. Geh tapfer. Sende eine Art Viral. Wir kriegen euch jetzt hier ein neues Flaggschiff. Das können wir dann gleich auf... ...die Drei-Jahres-Mission schicken. Ach, immer noch 95%. Ich hätte gerne jetzt den grünen Planeten abgeschlossen. Wir produzieren immer nur zu wenig Energie. Auf dem Mars hat es seit Wochen keinen Sandsturm mehr gegeben. Riesige Gewitter sollen jetzt häufig über die roten Ebenen... ...rollen jetzt häufig über die roten Ebenen. Riesige Ströme von Regen strömen herab. Die Hellas-Planitia wurde zu einem wahren Meer, als lebensspendendes Wasser sie bis zum Rand füllte. Der eine Million Kilometer entfernt in einer synchronen Umlaufbahn reflektiert die riesige Orbitalspiegel die Sonne zurück zur Oberfläche und erhöht die Temperatur. Paul Boone staunt, äh, startstolz aus dem Phobos-Orbit. Der Mars wird niemals eine echte Erde sein. Er ist zu klein, zu weit von der Sonne entfernt. Aber es hat eine eigene Schönheit. Und bald werden Millionen neuer Kolonisten diese Schönheit so schätzen wissen. So wie er es in den letzten Jahren getan hat. Der rote Planet ist nicht mehr so rot. Du hast etwas wirklich Schönes geschaffen. Schauen wir uns mal an. Hat er sich verändert? Guck mal, der Mars! Wie geil ist das denn? Guck mal, der Mars ist grün. Wir haben es geschafft. Wisst ihr was? Mit diesem Highlight gließen wir die heutige Folge ab. Der Mars ist grün. Wir haben das Terraforming abgeschlossen. Oh, ist das geil. Ich finde das gerade sehr geil. Wir gucken uns... Oh, guckt auch nochmal. Ja, wir haben das erste Mal, habe ich den Mars wirklich zum grünen Planeten gemacht. Und in diesem Sinne, sage ich mal, lebt lange und im Frieden. Haut rein.